Hallihallo an alle Österreicher und Österreicherinnen. Ich bin Philipp, ein Amerikaner in Wien schon 26 Jahre und ich will etwas über Österreich zeigen. Interesting Facts Did you know that Austria is the world market leader worldwide? You have more world market leaders than any other country on the planet. Almost 200. Das ist beeindruckend. You have the least amount of straight days per year, Austria. Die Österreicher sind fleißig. You're the number one place for fairs, trade shows and congresses in Europe and the Middle East. You're the number one city on the planet, Vienna, eight times in a row. Austria, the third highest industrial output worldwide. You're the fourth safest country on the planet. You're number four for Nobel Prize winners worldwide. You have 380 regional headquarters in Austria. Vienna is the second largest German-speaking metropole in Europe. Best of Austria is here to change the perception versus reality of Austria. What people think they know and what they should know. If you didn't know the answer to these questions, then no one else on the planet does either. Best of Austria doesn't want to change Austria. Best of Austria wants to change the world. How the world should see Austria. Der reine Lös dieses Projekts kommt Licht ins Dunkel zugute. Jeder kann ein Foto in sozialen Medien veröffentlichen. Aber niemals zuvor könnte ein Foto eines Landes seine eigene sozialen Medienplattform sein. Bitte unterstützt uns. Seid dabei. Macht mit. Am 6. September. Seid ein Teil von Best of Austria. Meldet euch an unter bestofostria.unline. Best of Austria.unline. Best of Austria.unline.